KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Heute Morgen am 26.07.2021 kam es zu einem Unfall auf der L 524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt. Die Ursache des Unfalls, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat, ist noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Glück hatte die Fahrerin, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren Feuerwehr, Schifferstadt, Polizei und Rettungsdienst.